Musik In einem dritten Schritt lade ich Sie ein, Ihre Atemräume wahrzunehmen. Legen Sie Ihre Hand auf den Brustkorb und erspüren Sie, wie der Brustkorb sich mit der Ein- und Ausatmung bewegt. Legen Sie eine Hand auf den Bauchraum und spüren Sie, wie auch der Bauchraum sich bewegt. Legen Sie die Hände auf die Seite und spüren Sie, wie auch die Seiten sich bewegen. Legen Sie die Hände auf den Rücken und spüren Sie, wie auch der Rücken sich bewegt. Und nun versuchen Sie, alle Räume wahrzunehmen, auf die Sie jetzt die Hände gelegt haben. Den Brustraum, den Bauchraum, die Seiten und den Rücken. Lassen Sie sich bewegen von der Atmung. Lassen Sie mich auf die Seite und spüren Sie, wie auch der Rücken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017